Oh man, ey. Okay, haben wir jetzt alles. Ah, Pogo, dankeschön, ey. Ha. Wieder zu Hause. Geh niemals in ein Casino. Ja, ich glaub, beim Casino hatte ich mehr Chancen zu gewinnen als hier. Echt? Kreise, der fällt mir in der Farbe ein. Da kann ich die Ränder mitnutzen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und zwar, wenn ich jetzt hier nämlich einkreise, kann ich jetzt hier dringend neuner holen. Jetzt wieder neuner. Jetzt wieder neuner. Wenn der mich jetzt nicht genervt hätte, der fucking Affe. Und jetzt dreht sich der ganze Scheiß, glaub ich, ne? Ja, war zu. Jo. Ach, komm, geh doch. Geh doch nach Hause, ey. Ups. Jetzt gehst du nach unten. Okay, das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ich will meine Schuhe haben. Äh. Siehst du denn mit den Punkten aus? Ja, okay, an sich ist das okay. Ich hab einen ganz guten Vorsprung. Nein, bleib doch hier, Mensch. Mensch. Das geht auch noch ganz weit weg, ey. Mann, oh. Geh weg, Cortex. Ja, oh, das ist aber, ist aber sehr komfortabel. Das Pogo ist einfach viel angenehmer als alles andere. Was hier auch mal ein bisschen so auf Nachdenken und Kombinieren ankommt. Zumindest jetzt gerade hier mit diesen Rändern und so. Und nicht, dass man hoffen muss, dass irgendwo mal eine Kiste erscheint, die man dann nehmen kann. Drei, zwei, eins, los. Ups. Ups. Nummer neun. Noch ein neuner. Noch ein neuner. Nein, schnell. Nein, verdammt, ich war zu langsam. Oh, schnellen Schuhe. Jetzt hab ich sie kaputt gemacht, meine schnellen Schuhe, weil ich eine verfickte Rakete eingesammelt habe, ey. Jetzt bin ich mit der Scheiße. Den krieg ich noch. Dankeschön. Komm schon, komm schon. Ja. Nein. Es ist zu schnell, die Schuhe. Okay. Es geht jetzt schon wieder ganz, 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 ganz weit weg. So, noch ein neuner. Ein paar andere auch noch. Nein, bleib hier. Verdammt. Warum tust du mir das an? Ach, neckel. Aber das sieht eigentlich auch noch sehr nach aus, als würde ich das schaffen. Nö. Okay. Ach, okay. Jetzt auch noch schon wieder. Ach, ja. Ich krieg noch einen. Jawohl. Du gewinnt. Ist das ein Remix von Antwerp wie bei Crash 3? Das wusste ich aber selbst auch nicht. Drei, zwei, eins, los. Aber eine interessante Information. Ach, du bist ein Arschloch, Koala. Weiß er denn eigentlich? Oh, ich hab sogar richtig kalkuliert. Ich hab jetzt irgendwie gedacht, dass er nach rechts geht. Woran das liegt, geiler. Du Penner! Der Koala geht mir schon wieder auf den Sack. Ich glaub nach der nicht, ey. Nein, 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 ich bin nicht weg. Oh Mann, oh. Boah, du kriegst ja jetzt mal Rakete in die Fresse. Noch eine. Pisser, ey. Was für die Welt. Ja, eine hab ich noch gekriegt. Sehr gut. Ich lauf gerade in die falsche Richtung. Schade. Muss das denn sein? Cortex. Der geht immer genau in die Richtung, in die ich gerade nicht hinspringe. Das ist unglaublich. Das dürfte eigentlich auch schon wieder reichen. Das heißt, da haben wir gleich schon die Trophäe, oder? Ja, doch. Sieht gut aus. Gleich haben wir es geschafft. Das war immer komfortabel. Das war immer komfortabel.